ja hallo und herzlich willkommen zu einem infovideo ja ich möchte euch heute mal erklären was denn so ansteht von heute dem 29 11 nicht wie hier steht den 27 sondern dem 29 das video am 29 raus kommt was zwischen heute und so bis weihnachten ungefähr passiert weil einige leute wahrscheinlich keine ahnung haben und deswegen werde ich das jetzt mal so mitteilen weil ja auch nicht alle mal auf twitter gucken sondern hauptsächlich auf youtube und deswegen mache ich speziell dieses video und zwar ab 2. dezember kommt ein neues projekt auf youtube was wahrscheinlich erstmal alles einstampfen wird was überhaupt bis jetzt existiert hat und zwar eiszeit wir haben ja letztes jahr schon eiszeit gemacht dieses jahr machen wir es wieder nur bisschen geiler es ist sogar schon was aufgenommen ich spoilern noch nicht was wir machen es wird aber richtig geil richtig geil und ja heute ist ja von 29 da kommt ja das video raus ne seht ihr ja schon ist ja schon alles hier gemacht ne und wer sich wundert ja wie viel sind die balken da ja der erste balken ist immer ja ist aufgenommen der zweite ist für gerendert dort ist hochgeladen der ist eingestellt also das ist gesamt eine reingestellte blau und das ist halt der das veröffentlicht habe hauptsächlich der ersten zwei und den letzten eigentlich ist es ja und da erkennt man halt mal auf welchem stand das aktuell ist ich habe damals angefangen eine liste zu führen auch mit urlaub pausen ja okay zum beispiel hier das habe ich einfach ausfallen lassen kann ich ehrlich gesagt wirklich zugeben da sind wirklich lange keine videos gekommen dann habe ich schon was reingebaut und dann ab dem uploadplan ging das hier bin ja und ja da habe ich aber auch da hier total durcheinander das wollen dann manchmal ja auch so tage drin wo ja nicht viel los war hier jetzt die aber ab eiszeit ihr seht hier vorne seht ihr ja ungefähr das hier seht ihr die monate ja das noch nie gesehen hat bei mir ja es ist aufwendig gemacht ich weiß man muss sehr weit runter scrollen und hier sieht man halt das projekt name hier wie weit das abgeschlossen ist und da erkennt ihr schon ja es ist sehr viel es ist sehr viel eiszeit es sind zwölf parts eiszeit am zweiten kommt der erste und am 24 der letzte hoffe ich nicht so wie letztes jahr wir haben dieses Jahr sehr gut geplant wir haben früh genug geplant mit dem aufnahmedatum haben wir auch relativ früh angefangen zum glück sage ich nur zum glück ich hatte gestern renderprobleme gehabt wir machen ja wieder zweite sicht wie letztes jahr wir hatten ich hatte renderprobleme gehabt mir ist alle so als es war unterschiedlich mal bei fünf prozent mal bei 80 prozent ist mir einfach das renderprogramm abgeschmiert einfach so hat gesagt hier blablabla geht nicht mehr wird geschlossen und musste wieder von vorne anfangen ja das war etwas sehr unschön deswegen haben wir haben am sonntag abend aufgenommen heute ist ja eigentlich donnerstag ne ne heute ist nicht donnerstag heute ist dienstag am sonntag aufgenommen habe sonntag sofort reingestellt mit ab angefangen zu render noch nachts naja wie war das sonntag ja ich glaube ging das sonntag bei mir schon los da hat es dann einmal gecrasht dann bin ich noch mal das wir waren so ungefähr 23 uhr 30 oder so waren wir fertig mit aufnehmen da habe ich dann angefangen mit rendern um 0 uhr 30 vielleicht bin schon mal hergekommen da war es gecrasht habe schon mal neu eingestellt frühs um sieben habe ich dann wieder gemerkt dass es nicht geht habe noch mal neu angefangen ja und nachmittags habe ich wieder gemerkt dass es nicht geht da ist uns noch zwei mal gecrasht einmal zum glück hat es nur fünf minuten gedauert jetzt render ich das in einem anderen profil jetzt geht das auch aber ist natürlich die datenmenge viel größer und auf jeden fall funktioniert das jetzt muss ich sehen dass ich das so schnell wie es geht keist zu senden kann weil ja ich wollte ich was tolles zeigt auch ich wollte ich mal mein ordner zeigen ja und zwar mein youtube ordner ich blende mal so viel aus wie möglich dass man nicht sehen kann 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 man denn das mal es war natürlich sehr dumm gerade von mir so und zwar hier mein youtube ordner ist das jetzt gerade mal das vier unrichtige zeug hauptsächlich das wichtigste sind die drei ordner abgeschlossene projekte laufende projekte einmalige videos einmalige videos das war ich das info video von heute drin das ist ja wichtig bei laufende projekte das inhalt laufende projekte also laufend okay ja da ist viel zeug mit bei diesem beispiel ist eiszeit erst metro hier ist dort bei eiszeit da man da schon mal reinguckt folgen da ist hast du schon etwas angesammelt noch mal hier guckt der eigenschaften 54,4 gigabyte na mhm das ist der hälfte nimmer der hälfte weil wir haben ja erst sechs parts aufgenommen ja ich habe aber noch nicht die sichten von kai deswegen ja ich weiß nicht ich muss dann irgendwann wahrscheinlich mal die sichten weg löschen das kann ich machen so schon 19,1 gigabyte sehe ich hier gerade okay sind 22,8 das habe ich halt jetzt die tage durch gerendert das muss ich nur alles umbenennen damit in die ordner kloppen jetzt sieht das hier bei mir aus mit ihr mal so und hier kommen die ganzen hier sind die folgen und dann kommt noch mal ob man mit ihr video beschreibungen klar die ganzen hier habt ihr auch mal metro das sind alle metro ports mit allen aufnahme sessions das ist vielleicht auch mal interessant für leute aufnahme sessions hat man schon mal bei metro 1 bis 6 7 bis 8 9 bis 12 16 bis 17 18 bis 22 23 und dann hier 24 bis 32 32 bis 37 das war der letzte und wenn wir schon mal bei metro sind ja metro kommt dann wieder im neuen jahr ich mache auch ende diesen jahres hier mal zwischen weihnachten und neujahrern nenne ich das mal mache ich auch eine pause ich habe die noch nicht eingetragen so wie ich immer hier gemacht habe zum beispiel oder hier ich habe das noch nicht so eingetragen aber da werde ich wahrscheinlich eine pause machen weil ich mich mal erholen muss von Eiszeit und weil ich bei mir hier etwas umstellen muss es ist es kann nicht mal lange so weitergehen es ist eine katastrophe ich muss ob es mal unbedingt neu einstellen ich bin überhaupt nicht mehr einstellung überhaupt nicht mehr einstellung mit dem zufrieden ich bin überhaupt nicht mehr zufrieden mit den einstellungen ich sehe das ja näher aber ich nehme ja nicht verlustfrei aus sondern ich nehme ja schon ich sag mal gerendert auf das ist eigentlich scheiße ist das weil es sind rendern ist dann sinnlos aber ich mache es trotzdem weil ich ja immer intro reinschneide weil ich das roh intro habe und so ein bisschen mist und eigentlich nur so kurzes infovideo werden aber egal und da werde ich OPS umstellen mein renderprogramm werde ich komplett umstellen neue profile alles das werde ich wahrscheinlich mache ich das schon wenn ich lehrgang habe ich habe auch noch mal lehrgang vom 17 bis zum 21 in blauen ich habe nächsten januar habe ich wieder lehrgang im februar wahrscheinlich auch wieder lehrgang ich habe also es ist ganz schön was los hier deswegen ich brauche mal hier so ein bisschen zeit und wenn ich mich mal hier bisschen ausspannen kann weil ich habe ja momentan starbond mit keil laufen und auch Eiszeit ich bin ja richtig eingekeilt momentan ich kann nicht mal sagen ja schon veröffentlicht ist man kein stopper und das ist bisschen das habe ich schon mit kai abgesprochen hat dass man da so viel platz lassen dass ich da mal vielleicht ja da wird wahrscheinlich kein großes video kommen hier und weihnachtsvideo kommt der Eiszeit und neujahr da wird dann das starbond video wahrscheinlich dafür dienen weil wir das eh erst noch aufnehmen müssen jetzt das ist noch nicht aufgenommen hier das muss man noch machen so weit vorproduziert haben wir nun auch wieder nicht nur metro ist so weit vorproduziert ja das war ausversehen tut mir leid und Eiszeit ist halt schon ein bisschen und ja heute früh war dann Eiszeit mit randern fertig habt noch was habe ich schon noch gerandert starbond habe ich gerandert für morgen und das muss ich auch unbedingt raus und metro das muss ich noch laden 36 weiß ich nicht 36 36 ich sehe gerade hier ist ein fehler scheiße die 34 ich muss das noch mal nachgucken entweder stimmt was mit den zwei folgen ich glaube hier habe ich auch nicht veröffentlicht am 23 23 das war denn das für ein tag freitag oder sind ich glaube da habe ich es gar nicht habe ich es gar nicht gemacht egal ich tue auf jeden fall noch mal nachgucken dass das hier bisschen wieder übereinstimmt aber ne so ungefähr ist es erstmal da ob da ich habe 34 heute ne was habe ich heute veröffentlicht 34 ja da machen wir ich glaube hier habe ich nicht die hier löschen wir komplett weg und machen hintergrundfarbe keine füllung so das ist 34 35 36 37 38 was dann wieder 34 35 35 36 ich weiß ich weiß ich weiß nicht was hier los war irgendwas hat hier vertauscht denke ich zumindest auf jeden fall passt das jetzt so wieder das habe ich auch veröffentlicht metro 35 sind noch gar nicht irgendwie oben ich auch noch so schon noch ändern ja so ist der plan ja gleich mal abspeichern sinnvollerweise und ja ich habe auch gesehen dass das best of sehr gut angekommen ist der starbarn kommt momentan auch wieder gut an was ihr was das ist von eiszeit halten bin ich mal gespannt bin ich gespannt wie ein flitzebogen und was habe ich denn sonst noch für neuigkeiten zu erzählen eigentlich nichts weiter meinem zimmer hat sich auch nichts verändert ähm ja schön ja ich spiele aktuell wieder mein kopf das ist wieder mal sehr schön aber ja sonst wenn ihr auch irgendwelche infos wissen wollt guckt auf twitter weil da sind immer viele infos zum beispiel hier waren manchmal veröffentlicht habe ich mein randervorgang immer alles sieht jetzt mal ich habe ich gerandert hier sitzt ich auch gerade ein pool gerade hier rein hier auf dem monitor ist gerade obs hier auf dem monitor ist gerade halt mein ob monitor den schapfen ja was hab ich noch hier haben wir eiszeit aufgenommen das ist ja hinten sieht man das vom alten von vom letzten jahr und wir haben es ist aber anders niedergelassen aber in sichtlicher nähe und was haben wir denn noch da und auch manchmal so stellenweise privat geschichten und irgendwelche tollen ganz tollen sachen schmied hier mit wieder auch immer mal zum beispiel sowas hier was ich halt witzig finde ja twitter lohnt sich es lohnt sich einfach habe 2532 tweets schon ich habe zwei mitteilungen die kurze sagen nicht an so es ist noch zu erklären oder mitzuteilen ich hatte zwar ein tweet gemacht dass ihr mal schreiben sollt wenn ihr irgendwas spezielles wissen wollt aber da ist eigentlich nichts irgendwie was dann erwähnenswert wäre ich ziehe es wieder unnötig in die länge wir sind bei zwölf minuten ich muss das schnell durchrendern und aber ich weiß jetzt schon wenn ich fertig bin mit dem infovideo habe ich was vergessen aber jetzt mal ich weiß ich muss musik raussuchen für weihnachten kacke bis sonntag müssen müssen ich mich der erste folge eiszeit stehen und ja das wird schön aber egal so dann bedanke ich mich auch für das angucken ich hoffe ich habe das ist eine unnötige länge gezogen doch habe ich und wir sehen uns dann das nächste mal wieder vielen dank fürs angucken und tschüss im im Vielen Dank.